Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lofrella und in diesem Video möchte ich dir einen neuen Meme-Coin vorstellen, der das Potenzial hat zur Vervielfachung. Ob das Ganze so stattfinden wird und warum ich davon ausgehe, dass da eben viel Potenzial drinsteckt, das zeige ich dir alles in diesem Video. Und natürlich wie immer keine Anlageberatung, nur meine persönliche Meinung und schreib auch gerne mal du jetzt in die Kommentare, was denn deine Top-Kryptowährung Nummer 1 ist oder auf welche Projekte du denn so setzt. Ja, den aktuellen Hype um Meme-Coins, den gibt es, also der ist real, denn zum Beispiel der neue Shiba Inocoin hat 40.000% gemacht innerhalb von einer kürzeren Zeitperiode. Dann der Pepe-Coin auch sehr, sehr bekannt, ist 1200% in einer Woche gestiegen. Also sehr, sehr verrückte Zeiten und Kryptowährung, gerade eben diese Meme-Coins, sind ja absolut im Hype und ja super spekulativ natürlich, aber grundsätzlich vielleicht durchaus mal die eine oder andere Spekulation wert. Grundsätzlich der Kryptomarkt an sich ist aktuell schon wieder so ein bisschen auf der Erholungsspur. Das heißt auch da, wir sehen es hier im Rainbow-Chart des Bitcoin, sind wir ja vermutlich mit Ausblick auf 2024 wieder in einem sehr, sehr freundlichen Kryptomarkt, wo es nach oben gehen kann. Und das kann natürlich auch solche Meme-Coins positiv beeinflussen, aber solche Meme-Coins sind ja oft auch sehr, sehr abgespaltet oder abgespalten von der Realität. Das heißt, da geht auch einfach viel um einen Hype und der neueste Meme-Coin ist eben Wall-Street-Memes und Wall-Street-Memes ist ja ein durchaus bekannter Begriff, beziehungsweise durchaus bekannte Bewegung, gerade im Meme-Sektor. Und ja, Wall-Street-Memes hat jetzt eben einen eigenen Coin rausgebracht und ist eben Teil der Online-Meme-Bewegung und da natürlich einer der bekanntesten Bewegungen überhaupt, denn da gab es natürlich zum Beispiel auch diese GameStop-Geschichte und so weiter, die ja ganz, ganz große Wellen geschlagen hat weltweit. Und ja, sie haben eine unglaubliche Reichweite und Einfluss auf Social Media, sei es bei Instagram, YouTube, TikTok, wie auch immer. Also überall sind sie vorhanden. Wir haben generell sowieso einen Hype um Meme-Coins. Wie gesagt, Pepe-Coins zum Beispiel als aktuellstes Beispiel und ja, aktuell ist dieses Projekt im Pre-Sale. Das heißt, das Ganze ist noch nicht vollkommen am Markt etabliert, also noch nicht an allen Kryptobörsen und so weiter vorhanden. So schaut die Website übrigens aus und von daher hat man hier eben noch relativ früh die Chance, dort reinzukommen. Natürlich, es ist jetzt auch nicht mehr der aller, aller unbekannteste Coin, aber wir sind eben, wie gesagt, hier immer noch in einem sehr, sehr frühen Stadion und du kannst hier direkt auf der Webseite das Ganze auch mit deinem Wallet verbinden und dort quasi direkt kaufen. Das Ganze geht mit Ethereum, US-Dollar-Token oder mit einer Karte. Und ja, was ist Wallstreet-Memes an sich? Wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, das mit GameStop wissen ja wahrscheinlich noch die meisten, wo es wirklich in dieser Wallstreet-Bets-Gemeinschaft eben darum ging, die GameStop-Aktie zu pushen. Da gab es ganz, ganz viele Hedgefonds, die dagegen gestartet haben und am Ende des Tages ist auch ein Hedgefonds da in die Knie gegangen. Das heißt, hier haben es wirklich ganz, ganz viele, vor allem junge Leute auf Social Media geschafft, irgendwie einen großen Hedgefonds ja pleite gehen zu lassen und das alles nur durch Memes beziehungsweise durch ja grundsätzlich einfach eine sehr, sehr junge Community, die eben darauf gesetzt hat, dass sie sich zusammenschließen. Und auch das findet hier statt bei Wallstreet-Memes, bei diesem Token. Ihr seht das hier, also Meme ist ja an sich diese lustigen Bildchen, wo dann am besten noch irgendein Finanzbezug dabei ist, aber es ist halt einfach eine ganz, ganz andere Art des Investments. Es ist natürlich auf jeden Fall spekulativ, das muss man auch dazu sagen, aber man hat ja gesehen und hier siehst du zum Beispiel links unten schon mal diesen Pepe, das ist dieser Frosch, Pepe der Frosch, der ja auch einen eigenen Coin hat und der ist auch extrem abgegangen. Und jetzt könnte eben Wallstreet-Memes eben folgen und vermutlich der nächste Coin werden, der gut abgehen könnte. Das Ganze ist natürlich immer getrieben von einer starken Community, die muss dahinterstehen und die ist meiner Meinung nach bei dieser Wallstreet-Meme-Geschichte dabei. Wir haben hier verschiedene Phasen, in denen sich diese Projekte ja eben dann auch ausgestalten. Phase 1 eben mit den Grundlagen, Phase 2 mit der Einführung und Phase 3 mit der Stärkung der Community. An sich, die Community ist ja da und es gibt dann wie gesagt auch Pläne, das Ganze mit Merchandise und so weiter zu pushen weiterhin. Es gibt dann eben auch Rewards für Mitglieder der Bewegung und an sich, Marketing ist ja sowieso ganz, ganz viel organisch auch da. Es wird aber auch einiges in Pay-Traffic bezahlt und grundsätzlich ist eben das Marktkapitalisierungsziel eine Milliarde Dollar, was natürlich extrem hoch ist und natürlich will man auch hier erreichen, dass man noch die Listungen an den ganz, ganz großen Kryptobörsen eben auch hinbekommt. Also auch das steht noch in den Sternen, aber ist dementsprechend natürlich ein ganz, ganz krasser Katalysator, wenn das klappen sollte. Und ja, grundsätzlich zu den Tokenomics, da kommen wir auch nochmal später zu. 50% geht ungefähr in Marketing, 30% in Community-Belohnung, 10% in die Liquidität CEX und DEX bekommt auch nochmal 10%. Und von daher, es ist auf jeden Fall ein Projekt, was sehr, sehr aussichtsreich ist. Wir haben ja auch Ambassadors, die natürlich dann dazukommen. Wir haben ja einen relativ großen Ambassador mit Crypto, Jamie, der könnt ihr euch auch mal anschauen, durchaus sehr, sehr stark auf Twitter unterwegs ist. Das heißt, auch hier steht eben nicht nur eine starke Community dahinter, sondern eben auch viele, ja, große, vor allem in den USA, eben große Ambassadors, die das Ganze eben auch noch betreuen und für dieses Projekt eben stehen. Es gibt auch einen AirDrop, also auch das ist interessant. Könnt ihr euch auch mal anschauen auf der Webseite. Ist auf jeden Fall ein Projekt, was durchaus sehr, sehr spannend ist. Wir schauen uns mal ganz kurz das White Paper an, also das Konzept, also der Businessplan, der dahinter steckt. Wie gesagt, es ist natürlich alles Community getrieben. Das heißt, diese Wall-Street-Memes, ja, Community ist einfach sehr, sehr groß, auf Social Media vor allem, und hat sich eben als Ziel gesetzt, ja, so dieses traditionelle Finanzsystem quasi so ein bisschen zu disruptieren. Das heißt, hier wirklich die großen etablierten Hedgefonds, das haben wir, wie gesagt, damals auch bei GameStop gesehen, eben in die Knie zu zwingen und eben auch zu zeigen, dass vor allem in der jüngeren Investoren-Community eben sehr, sehr viel Potenzial drin steckt und dass sie eben auch eine große Gewichtung haben am Finanzmarkt und eben auch einen Einfluss haben. Und genau, wir sehen es hier nochmal. Also es gibt hier, wie gesagt, sowieso schon organisch sehr, sehr groß eben eine Reichweite, aber es wird eben noch zusätzlich Marketing-Kampagnen eben gestartet. Das heißt, hier haben wir 50% Marketing bei den Allokationen der Coins, 30% eben, dass die Community eben auch belohnt wird. Also wer eben hier Teil der Community ist und eben auch solche Wall-Street-Meme-Token besitzt, soll dann eben auch Vergünstigungen bzw. auch Vergütungen bekommen. Wir haben ansonsten noch die Liquidität, also auch, dass halt immer genügend Liquidität im Markt auch vorhanden ist und eben auch grundsätzlich diese Coins eben gehandelt werden können. Also auch das ist natürlich sehr, sehr wichtig für so ein Projekt und auch das ist sichergestellt. Also es ist natürlich alles spekulativ, das muss man ganz klar dazu sagen und Meme-Coins sind eben auch ganz speziell Meme-Coins und nicht irgendwelche hochversierten technischen Coins, wo irgendein riesen Blockchain dahinter steckt oder sowas mit einer riesen Technologie, sondern es ist halt tatsächlich einfach in dem Fall auch eine riesen Community, die aber genau deswegen eben auch so stark sein kann, weil sie eben grundsätzlich ja einfach sehr, sehr viele Leute erreicht und eben auch sehr, sehr viele Leute dahinter stehen. Und von daher, ja, es ist eine Spekulation, aber durchaus könnte das für mich persönlich auch der nächste Meme-Token werden, der eben abhebt. Das Ganze ist, wie gesagt, noch im Pre-Sale. Du kannst es da auf der Webseite mal anschauen. Und von daher, es ist natürlich auch im Pre-Sale immer ein bisschen Spekulation dabei oder auch Risiko, aber Rendite kommt ja von Risiko. Das heißt, hier kann man durchaus das Ganze mal ausprobieren. Du kannst das mit Metamask zum Beispiel auch verbinden. Das ist so wahrscheinlich die einfachste Variante. Und ja, jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz mein Fazit an. Warum hat Wall Street Meme das Potenzial? Natürlich einmal, weil es medial unfassbar breit aufgestellt ist, gerade eben auf Social Media, Instagram, TikTok, YouTube und so weiter und so fort, auch auf Twitter natürlich und dadurch einfach eine Menge Leute erreicht. Auf der anderen Seite natürlich grundsätzlich der aktuelle Trend um Meme-Coins, wie gesagt, Pepe-Coin und so weiter, aber auch Shiba Inu und so in den letzten Jahren. Es gibt einfach diese Erfolgsgeschichten und es kann eben auch sein, dass eben Wall Street Memes genauso Erfolge schreiben wird. Es ist trotzdem spekulativ, aber ich hatte es vorhin schon gesagt, Rendite kommt von Risiko. Also eine kleine spekulative Position wäre es mir wert. Ich würde definitiv nicht All-In gehen, aber eben eine zusätzliche Beimischung im Kryptoportfolio durchaus möglich. Es ist ein Pre-Sale, also von daher auch eine gute Möglichkeit einzusteigen, relativ früh, also auch das ist natürlich nochmal ein kleiner Vorteil. Aber du darfst mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie gesagt, wie du das Projekt findest, auch gerne, wie du andere Projekte findest, was so deine Favoriten sind, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer einen Daumen nach oben für das Video und ansonsten natürlich auch gerne ein Abo für den Kanal. Wir sind auf dem Weg Richtung 100.000 Abonnenten, würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir das noch dieses Jahr schaffen. Und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Flo Farrell. Bis zum nächsten Mal.